Grügt du Fassmuff mit mir und Lume! Hallo! Wir sind immer... Meiner... Und wir haben schon wieder... Jens... Ich würde euch ja jetzt zeigen, wie ich am Feiern bin, aber bei mir ist leider immer noch die Cam aus. Ich bin doch... Äh, heißer. Der Reager geht doch... Alle! Gut. Schieße einfach... Also ich nehme am besten gleich die Kamera mit, weil irgendwie in letzter Zeit begegnen mir ja nur die Geister immer. Ja, mach das! Schlimm! Kann ich ja... Oder das EMF... Nein! Ich hab das nicht... Das nehme ich... Das nehme ich... Das nehme ich... Eckart macht die Tür auf. Wenn ich mich heute... ...deutsch... 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 ...gut... ...süß... ...hild... ...heil... ...hallo... ...ist du die beste Politiker? Ein wunderschönen... ...bitte Maiden, wo sind sie denn? Ähm... Kommst du mal eben bitte? Du bist hinter der Tür... ...Tita... Die fehlen mir noch. Du musst sie gleich... ...die Cookies gemacht... Gib uns ein Zeichen! Wie bist du? Wo hast du die Cookies? Ist ja wie... Das ist! Das ist passiert! Die... Nachher nebenbei sind wir noch auf Cookie-Jagd. Wäre auch bestimmt... Ich? Hier wird es schon ein bisschen interessanter, weil das Haus hier ist ja ein bisschen größer. Aber ich habe einen gefunden. Wieso haben wir jetzt hier? In der Garage können wir... ...die Spitzel... ...dass schon wen Puckies dunkel sehen sich nicht bringen. Auf jeden Fall sind sie momentan so schlau, verstecken gar nicht irgendwo ein Badezimmer oder so. Oh, der ist im Keller. Der ist im Keller. Ja. Das ist eine gute Menge. Ganz gecheckt laufen. Cookie? Fünf. Und der hat gerade die Tür aufgemacht. Na toll, ich bin jetzt gerade mit der Kamera oben. you're a・・・ ... ... ... ... ... Was ist da los? Tja, hat den Ventilator an und ausgehört? Ich habe immer ausgehört, auf jeden Fall. Der Ventilante. Ich habe die erhöhte Gänzei gemacht. Ja, der ist da unten. Cookin' Crew. Hast du schon eine Wurzel gemacht? Nein, ich bin nach oben unterwegs. Cookie-Jagd. Okay, aber cool, wie viele. Das ist ja nicht so. Ich weiß nicht, hier. Wie gut liegt, was hier aussehen. Nee, hier kann man es leider nicht sehen. Schade. Hilfe, beide bei 68. Lock. Eider fehlt. Ich gucke oben gerade. So ziemlich jeden Raum durch. Aber nö. Das ist jetzt nicht mein Tor. Was ist mit dem? Ja, den. Cool. Was? Den letzten. Den? So, jetzt kommen wir nach unten. Oh, dann. Deine. Oh, dann. Oh, dann. Oh, der hat schon wieder die Tür zugemacht. Oh, ja. Ich fahre in den Raum. Jetzt geht die Tür dazu. Der will mich doch verarschen. Nein. Beißt. Nein, der will dich nicht verarschen. Der will da! Los! Ich nehme erst Pille. Das. Ich nehme erst Pille. Ich nehme erst Pille. Das ist Pille. Ich nehme erst Pille. Ich nehme Oder mach die Tür wieder zu. Die Tür zu. Gib uns ein Zeichen. Was ist jetzt? Da hast du dein Zeichen. Hast du mich jetzt erschreckt? Ich habe ein Podio von dir gemacht, weil ich gedacht habe, das ist der Geist. Entschuldigung, muss ich dich enttäuschen. Das war dieses Rote da. Auf jeden Fall ein Geister-Event. Im ersten Moment dachte ich, weil du da so in der Enke warst. Du wolltest sie an Zeichen haben. Ja. Oh mein Gott. Endlich, der Beweis für den Geist. Hab ich echt ein Foto gemacht? Das ist mein Foto. Achso, du hast auf. Cool. Das ist ein Foto von einem Geist. Ja, ja. Cool. Du hast es geschafft. Ich habe den nicht mal gesehen. Ich auch nicht. Oder habe ich den? Wer hat denn jetzt das Geister-Event? Aber ich gucke, du warst. Ja, das war mein. Also ich habe das untere. Du hast es. Ja, dann. Kann ich auch sagen, weil ich. Und du standest ja mehr da in der Nische. Rechts. Hm. Aber warum ist dein Foto? Hä? Ich habe doch ein Foto. Mit 100%ig sicher. Ich habe ein Foto von dir. Okay. Lass ihn so stehen. Oh, oh. Oh, oh. Wir räuchern dich jetzt aus. Auf jeden Fall war es schon kein Geiste-Event. Ja, ja. Ich salze mein... Das müsste der letzte Räume auch gewesen sein. Das ist perfekt. Die Tür ist zu. Die Kamera. Kann ich nicht bewegen. Kann ich nicht bewegen. Gott. Du lebst aber noch. Ich will raus. Gott. Ich habe mich an meine Türchenlampe fallen lassen. Gott. Oh, 10. Der war direkt vor mir. Ja. Endlich ist es dir mal passiert. Ich wollte gerade eine Film schon machen, aber irgendwie war ich wie paralysiert. Und ich konnte mich nicht bewegen, hatte ich das Gefühl. Ja. Oh ey. Das ist ein scheiß Gefühl. Ach. Weißt du? Trotzdem ist es immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Warte. Ich komme mit und... Du hast ja schon... Ich habe ein wenig Angst. Ja. Der geht... Der ist bei 3. Oh nein. Oh nein. Der hat mir die... Der hantet. Der hantet. Der hantet. Der hantet. Ja schnell. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Renn weg vor ihm. Alter, ich höre... Mach die Tür zu, wenn es geht. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich bin tot. In der Küche. Zu spät. Dann müssen wir das noch machen. Dann tue ich dann demnächst... Dann dieser... Der hat mir die Kekse von der Hand gefressen. Was? Ja. Okay. Was? Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, es geht. Ist es? Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich hinrenne. Huch! Was? Wo bist du noch draußen? Was? Und du stehst noch draußen. Ja, ich bin draußen. Es ist gerade passiert, wenn du die Pukis rein... Ja. Wie gesagt, ich hatte die Pukis noch in der Hand. Ich traue mich, die mal rein zu gehen. Und viel schlimmer war noch beim Handen. Wie beim Weihnachtsband. Die Glocken. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ich habe noch keinen einzigen... Du wirst das noch wahr machen. Ich habe noch keinen einzigen Beweis. Ich habe noch keinen einzigen Beweis. Ich hatte noch einen Beweis im F-Level... Ach, da war immerhin was, aber der Rest? Ich habe noch keine Dots gesehen, noch keine Orbs. Da? So, die geilste Welt ist ja was Tolles, ne? Hast du? Ich denke, ich bin unten gleich, ja. Kannst du gucken, ob der jetzt aufgeschrieben hat? Nup! Ich würde ja auch gerne die Tür aufmachen, aber das kann ich ja jetzt nicht mehr. Warte. Die Tür geht weiter zu? Ich weiß. Egal. Also wir haben den Spirit. Siehst du die Dose? Hier, was du? Ah, so eine Dose. Wenn Räucherstäbchen... Ja. Ja, ich habe hier gebreichert. Box Geist. Es wird fast nie den Boden. Oh, keine Ahnung, was das für einer war. Box. Dort. Natürlich ist die Tür zu... Hier wieder... PC... Tür auf. Sag mal dein Geisterkollege, also mal... Ja, was soll ich ihm sagen? Die Tür aufmachen. Ah, hallo. Soll ich wieder ins Blaue? Also... Jade kann... Jade... Jade... Boni vielleicht... Ist ja schon ein bisschen an... Ohne... Menschen der Nähe sind... Boni deutlich aktiver... Boni wird weniger häufig während... Reut... Die Tür ist zu! Stopp, die ist zu! Was soll das? Mach auf! Ja, würde ich da gehen, aber nicht. Was ist denn der Stromschlech... Äh... Schalter? Die Sicherung? Garage... Dicke... Spann, ob ich das als Geist kann. Wenn ich den jetzt mal sehen würde... Da... Wieder füllen! Und ich bin nicht mehr im Haus! Schade... Strom kann ich nicht mehr machen... Das ist ein Ohn... Yes... Hm... Ab sofort hat sich die Kekse... Sind noch schlimmer als Voodoo... Voodoo? Voodoo... Da nehme ich lieber die Kekse... Äh... Die Voodoo-Puppe als die Kekse... Wow... Ja, komm... Ja, komm... In der letzten Folge... Hatte er wirklich aus der Hand? Ja, hat er! Ich bin jetzt einfach... Was nimmst du? Oh nie... Ich hab nicht recht, aber ich... Geh dann... Guck mal, wie aktiv der ist... Und ich bin nicht im Haus... Okay, ich nehm... Ich könnte auch was anderes... Ja, ich hätte ja was anderes genommen... Der ist ja leider schon nicht mehr da, oder? Polter... Na ja, Poltergeist ist es ja nicht gewesen... Guck mal, der wird schon wieder... Ich nehm einfach mal spontan was anderes... Tschüss... Na gucken, ob ich zum Schluss... Von Gefühl einfach... So... Okay... Wiii... Toll, ich wollte noch rausrennen... Was? Du wolltest rennen? Ich wollte noch rausrennen... Aber du hast schon zugemacht... Achso... Ich hab verstanden... Du wolltest rennen... Nein... Ich bin ne... Oh nein... Okay, da lag ich mit dem Phantom... Oh, auch falsch... Oh, Knochen... Wer weiß... Nicht schlimm... Äh... Täglich überleben... Eine... Tä... Ach, stimmt... Weil ich draußen... Ben... Juhu... Das tut wieder weh... Nein... 50... Versicherung 18... Wir beide... Das... Jetzt... H... Spiel... Wir beide... Das war ein... Blöder Tod... Aber der hat dir ja aus der Hand gefressen... Witz... Das müssen wir nicht vergessen... wenn du... Vergehend... Das wirst du sehen... Ja, ich freu mich schon... Ich find das immer interessant, wenn wir das mal... aus dem anderen... Blickwinkel... Ja... Joah... Das würde ich настоящ sein... Danke fürs Zuschauen... Bis zum nächsten... Tschüs! Ciao, ciao!